Hallo Herbei Küken und damit recht herzlich willkommen auf meinem Prosting Kanal und zurück zu Five Nights at Handwell 3. Wir sind ja jetzt mittlerweile hier in Nacht 4. Mal gucken. Wie weit wir kommen, ne? Mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Really? Bin mal gespannt. Ob sie sich wieder angekackt oder nicht, ne? Aber das Spiel macht halt richtig Laune. Vor allem, weil es so schön abgedreht ist. Hau ab. Hier ist no one. No one. No one. No one. Keiner hier. Keiner nicht. Bin mal gespannt. Rebooten alle? Ja, rebooten alles. Fängt schon gut an, oder? Machen wir nicht. Korrupt System ERA rebooting. Yeah. Das ist so verrückt. Hier ist noch keiner. Really? It's not fair. Das ist nicht fair. Das ist so... Ungerechtig, Leute. Ich habe noch gar nichts getan, oder? Ich muss mir hier einen anderen Plan zurechtlegen. Hab ich schon gesehen. Einen anderen Plan. Einen Plan. I need a plan. Wollen wir ein bisschen anstrengen hier, ne? Oh, Meli ist ja ruhig. Wir sind da. Da ist noch nicht hier. Hier ist ja keiner. Hier ist ja keiner. Yo... Warum aber nicht? Mit mir kann man's ja machen, ne? Really? Ich kann nicht zu, geht da alles am Arsch? Really? Wie soll man das schaffen, Leute? Kann ich mir jemandem verraten? Ich weiß es nicht. Ich geb natürlich mein Bestes aber. Rebooting? Das ist crazy. Wir machen mal Rebooten. Wir machen Kailisch, oder? Ja, wirklich? Ja, wirklich? Wir spielen so herrlich verrückt. Verstehst du? Ja, wirklich? Really? Really? No? 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 Alles noch in einem grünen Bereich. Irgendwas läuft dort im Hintergrund. Jesus Christ! Immerhin haben wir schon 2 Stunden überlebt. Really? Hau ab, hau einfach ab! Really? Herrlich! Herrlich! Verrückt! Abgedreht! Jetzt werde ich mal ruhiger. Hau ab! Really? Danke! 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 Thank you! Thank you! Very much! I love it! Really? Danke! Thank you! Mach mich nur schwacher! Dann krieg ich gleich die Krise hier! Really? Mach mich nur schwacher! Dann krieg ich gleich die Krise! Ja! Really? Das ist nicht normal! Das Spiel ist einfach nicht normal! Verstehst du? Really? Come on! Come on, baby! Hey, come on! Falscher Fehler! Rebooting? Ja! Das können wir kreben, oder? Das können wir machen! Wir haben ja solch nichts zu tun, ne? Scheiße! Das war's! Ey, jetzt bin ich tot! Aber dann spielt's auch nicht mehr! Dann mag ich auch nicht mehr! Du mag ich nicht mehr! Du mag ich nicht mehr! Crazy! Einfach crazy! Wenn sie mich ein bisschen ruhiger wär! Verstehst du? Rebooten wir mal schnell, ne? Man weiß ja nicht, ob's hilft! Really? Oh no! Hey! Not fair! This is not fair! This is not fair! To bitch! Really? He, es war halb fünf! Last try, last try, and then... Der letzte Versuch! Und dann spiele ich's auch nicht mehr weiter! Weil den mag ich auch nicht mehr, weißt du? Wir waren so gut dabei! Es war halb fünf! War nicht schlecht, oder? Ich mach gar nichts mehr! Ich beweg' mich jetzt keinen Meter! Ich beweg' mich jetzt keinen Meter! He, he! Hau einfach ab! Full push! Ich mach gar nichts mehr! Not fair! This is not fair! Komm schon gut an, oder? Komm schon gut an! Komm schon gut an! Richtig? Richtig? Wie lang? Wie... Ich krieg ja nicht mal eine Chance! Was ist das? Was willst du da machen? Nicht die geringste Chance. No. No. This is the end. This is not fair. You have no chance. Keine Chance. No. Das war Five Night in Hellenworlds 3. Spiels jetzt auch nicht mehr weiter. Ihr könnt euch bitten und beten, I don't play it again. In dem Sinne, ich bleib mich bei euch für zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaut. Wir dürfen mal am roten Kanal. Ich würde gerne gerne einen Like da. Da folgt ihr raus drüber. Falls ihr noch keinen Abbau habt, dann aber noch aufs Kopf drücken. Press den Handbutton für den Subscribe-Me-Channel. In dem Sinne, genieße das Leben. Enjoy life und Spaß miteinander. Haut euch nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschöne Möö und Fingernicke Rotz. Euer sehr frustrierter, aggressive, rustiger Retner. Ciao.